Der Erlöser-Clan? Oha! Das hört jetzt gefährlich an. Ich weiß mal, ob ich auf die Brücke komme. Ich habe fast zwei Stunden gebraucht, um hinzufahren. Oh mein Gott. Nein. Ist das... Ist es das, was ich vermute? Was ist das? Kupfererz. Die haben Kupfererz auf der Insel. Bleib doch hier. Gib mir noch mehr. Na dann. Zöpferen wir auf der Insel. Wahrscheinlich alle im Lagerhaus drin, oder? Oh nein. Sind sie nicht. Was hat mich denn gesehen? Oh nein. ich bin ein prügler einmal fremd Und Doodle macht ja das sehr ungern, ne? Ja, jetzt sitzen wir ja schon mal, wo wir Kupfer herkriegen für die nächste Runde. Oh nein, lass hier. Krieg ich die ganze Zeit. Ja, klar. Manchmal braucht es ein bisschen länger, aber, ne? Was? Eieieie, hier stimmt doch halt mit den... Oh, Headshot gleich tot. Nice. Aber irgendwas ist hier noch. Oder auch nicht. Danke, Spiel, für nichts. Die sind vollgelotet. Nice. Mach die Leiche an. Wer auch nicht. Doch, doch. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Nee, 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 nee. Elektronische Teile, nix da. Die nehme ich mit. Noch mal. Das waren elektronische Teile. Das ist ja eh... Zieh nur ab, es wird dunkel. Alter, unten müsste noch viel mehr Kupfer sein, oder? Oh, mir wird kalt. Das ist nicht gut. Scheiße. Mitiges Wasser. Bleib in der Nähe vom Feuer stehen. Wo ist denn hier Feuer? Nirgendwo. Ausdauer. Ausdauer. Okay, ich erfriere gleich. Ja, dass ich eben mal gegen alles ankämpfen muss, ne? Ob ich jetzt zu weitem gehen würde. Aber es hält sich. Wo ist ich hin? Alter. Also Richtung stimmt schon mal. Das dahinten dürfte unsere Insel sein. So, Plansch nicht zu viel. Also eigentlich müssten wir uns ja so langsam aufwärmen, weil wir sind ja körperlich aktiv, ne? Wir strampeln uns ja die Seele da aus dem Leib. Vielleicht doch uns wird auch minimal wärmer, oder? Ist hier unsere Insel? Nein, das ist nicht unsere Insel. Hä? Hä? Genau, muss ich hin. Ja, genau. Die Insel da vorne. Bezieht euch! Bezieht euch! Finde ich auch geil, wenn die jetzt so Jetskis hätten und die würden uns nur noch verfolgen, ne? Ob bestimmt noch rein. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Geh mal, Claudia. Für jedes Material, Kopf und Kragen, muss riskiert werden. So, mach mal wieder an hier, schön aufwärmen, hab mal so'n Kürbis gekriegt. Kupfererz haben wir, nice. Einfach mal hier, moderne Gartenlampe. Ich brauche aber auch Strom für, also Generator. Raus, raus. Nehmen wir eben die Wasserflasche auf. Ach, wir packen schon Kupfererz rein, geil. Einfach Laufpistole, Schwarzpilber-Munition. Boah, wir kriegen genau 5 raus. Ey, wir könnten das Upgrade voll machen. Das ist jetzt unsere letzte Aufgabe für heute. Machen wir noch. Das war's. Das war's. Das war's. Kupfererz。